Jetzt kommt zu uns Andrea DiMario mit einem wunderbaren Titel. Können wir nicht vor allem die Musiker unter uns kennen? Andrea Breger, Omar, ich spiele mit ihm. Also so viele Trompeter hat er jetzt wahrscheinlich heute gar nie in der ersten Reihe gesehen. Ein Titel, den vor allem die Musiker unter uns, die ihr kennt. Peter Leitner, My Dream. Wer kennt ihr von euch? Oh ja, okay. Also nach diesem Abend kennt ihr es alle und wollt ihr es alle auch spielen? Liebe Musikerinnen, liebe Musiker. My Dream. Wunderbarer Solo-Titel. So und nach diesem Titel gibt es noch eine kurze Umbau-Pause. Dann kommt Vorano. Auf, ich helfe dir gleich Andreas Koller. Also Elli, du hilfst. Meist du. Ich helfe dir. Meine Damen und Herren, das ist schon wirklich ein wunderbarer Titel. Schön gemütlich. Nehmen Sie Ihren Partner in den Augen. Irgendjemand spielt keine Rolle heute bei Wächle 23. Es gibt keine Grenzen. Schwingen Sie mit im sanften Rhythmus einer wunderbar gespielten Trompete. Trompete. Zu Beginn aber mit dem Flügelhorn. Andrea Di Mario. Und Omar Kekele. Unsere Italiener. Wie sagt André? André Rigueux sagt immer, geben Sie sich einen großen Applaus. Applaus für unseres Erwichter. Für einen konkrete Reifern. Mare Rigueux. Mit Assistenz. 씨가, bei unseres Erwichter. Tai? Wirklich? ạ? sopratog. Technikgebäду. Musik 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 Applaus Hat sie die Falle?